Wenn nicht, dann ist das halt ohne so schlimmer, ja. Das ist ein Schmarrer. Oh rausschmuckinger rausschmuckinger einrinken dank der scheiß feier Doch mein Tiger ist auch nicht mehr da. Doch da ist er. Kann ich über den töten? Ja, die haben Knochen, ey. Einiger rennt. Oh, Sprennen. Oh, wir müssen. erst mal hier rauf rennen weil der taiga da machte da schon das schöne riesenglocke alle glocken haben geläutet ist ja eine sehr ausführliche mission wenn ich gedacht dass er nach so einer geilen mission kommen aber je weiter wer kommen ob er so bescheuert werden die mission kira und weiter jetzt also die beiden die sind hier voll drogenabhängig das ist ein plakat von 1 3 drei vier und sechs plakate da kann ja noch zeiten auf mich kommen ich weiß nicht aber es ist echt abgedreht war das ding schon hier als ihr herkommt das man sagte mir es sei ein gail familienerbstück schon seit vielen generationen habe ich dir das noch nicht erzählt nein hast du nicht hey jake gell ist übrigens unser schüler name hier hast du welche gefunden ich hätte zu viel zu tun gut ja keine sorge du du nächstes mal aber wenn du an den tanker vorbeikommst denk bitte an uns ok gut wir gehen wir schicken jemanden her den rest von unserem krampel aufräumt ok also gut raus rein leute tschüssi 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 sonst hätt ihr euch ja nicht dieses verdammte video hier rein gezogen muss am ende denk ich mal gut nehmen wir uns den nächsten part mit noch ein paar geilere missionen ihr könnt schon mal gespannt sein und ja auf dem schon mal danke für die leute die auch hinter mir stehen ich will jetzt hier keine namen nennen auf dem schon mal besten dank an die leute die mich auch unterstützen und wirklich schätzen was ich hier mache weil das wenn wir eine große predige halten viele sagen ah hast du mal zeit kannst du mal kommen oder wann hast du mal zeit ich kann immer wiederum nur sagen es ist zeitmäßig wirklich schwer da irgendwie was und irgendwas zu machen sag ich mal jetzt irgendwie so leute fahren oder mal irgendwo hin klar die zeit ist da sag ich mal ähm es ist wirklich schon sehr sehr aufwendig sag ich mal wenn ihr da erstmal pestlich unter vertrag seid gut ihr seid nicht gewohnt jeden tag zu machen aber man möchte schon sag ich mal äh das beste draus machen sag ich mal und es ist wirklich ne scheiß arbeit sag ich mal das ist ja nicht nur äh hier zocken bis zum abwinken und man macht das schon ne leute da steckt wirklich ne ne echt miese arbeit drinnen aber ihr müsst erstmal äh ihr müsst ein intro bauen ihr müsst ein auto bauen auto auto bauen ja diesmal die drehe ich schon hier voll am rad äh auto bauen und ja und einfach ist halt nicht weil ich bin ja nicht der Einzelte der ein intro haben will und und ihr seid auch nicht Einzelne die da hoch mitgucken sag ich mal und ja was man halt kann schafft man was man halt nicht schafft macht man am nächsten Tag oder man lässt jetzt halt mal weg das ist ja nicht das Problem sag ich mal aber sonst so läuft gerade ich bin zufrieden und es gibt wirklich noch Leute die wirklich den die 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 zufrieden dass und wir sehen uns weiter Bis zum nächsten Mal.